Laurent Götzschel, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Basel und Direktor der Schweizerischen Friedensstiftung SwissPeace. In den Nachrichten hören wir fast täglich von kriegerischen Auseinandersetzungen. Frieden, gibt es das je, Herr Götzschel? Frieden ist ein Fernziel. Die ganze Menschheit, oder fast die ganze Menschheit würde ich annehmen, strebt irgendwie nach Frieden. Aber in dieser vollkommenen oder abstrakten Form wird es Frieden wohl kaum je geben. Hingegen ist die Orientierung an diesem Fernziel handlungsleitend für das Streben einer Organisation wie SwissPeace oder auch für mich als Leiter von SwissPeace. Und da kann man auf einer viel bescheideneren und konkreteren Ebene Einzelnes auf dem Weg hin zum Frieden leisten. Und was sind das für Schritte, für Projekte? Da gibt es ganz unterschiedliche Beispiele. Man kann zum Beispiel Forschung betreiben, indem man untersucht, welche Arten von Vermittlungsversuchen, von Mediation in Konflikten, auch in politischen Konflikten, am besten funktionieren. Oder man kann sich vorstellen, dass im Nachgang an kriegerische Auseinandersetzungen es auch darum geht, das Leid, das begangen worden ist, beziehungsweise das viele Personen erfahren haben, nicht ungeschehen zu machen, aber auf eine Art und Weise aufzuarbeiten, sodass die Menschen weniger grießgrämig sind in Bezug auf das, was ihnen widerfahren ist und damit auch ihre Rachelust und damit die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Wiederauflammen des Konfliktes möglichst gering sind. Wir reden miteinander, weil die interreligiöse Zeitung oder Zeitungsbeilage Zwisite dieses Jahr das Thema Frieden auf ihre Titelseite geschrieben hat. Und in der Zwisite ist in diesem Jahr ein Beitrag über eine Oase des Friedens, nämlich Shalom Wohadessalam. Was ist für Sie das Besondere an diesem Projekt? Das Projekt ist besonders, zunächst einmal, weil es dieses Projekt schon sehr lange gibt, also es gibt Träger, Trägerinnen dieses Projektes, die es schon lange vorantreiben. Und dies, und das ist das zweite Besondere, in einem Umfeld, das nicht sonderlich ermutigend ist, was Friedensbestrebungen betrifft. Wenn wir sehen, was in Israel selber, aber vor allem auch zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten geschieht, dann waren die letzten Jahrzehnte nicht sehr ermutigend. Und trotzdem macht ein Projekt wie Neve Shalom weiter. Yves Kugelmann, der Chefredaktor des Tachels, den wir ja beide gut kennen, hat mir gesagt, Neve Shalom Wohadessalam ist das älteste, das kleinste, das ausdauerndste Friedensprojekt, das längst überflüssig sein sollte. Das ist absolut richtig. Es sollte längst überflüssig sein, vor allem innerhalb Israels. Was das Leben, den Austausch, das Zusammenwirken von Palästinensern und Israelis betrifft, würde man meinen, sollte es über all diese Jahrzehnte hinweg zu einer klaren Verbesserung gekommen sein, die ein Projekt wie Neve Shalom überflüssig machen würde. Dass es dieses Projekt nach wie vor braucht, stimmt einem traurig. Die Hoffnung geben Sie offensichtlich nicht auf und machen ständig weiter. Was heisst das für den Konflikt? Also das heisst vielleicht mal für die Friedensforschung und vor allem die Friedensförderung, dass man hartnäckig sein muss. Denn es gibt viele Widerwärtigkeiten. Die Welt sieht nicht immer so aus, als würde sie friedlicher werden und eben auch nicht in diesem Kontext, in Israel, Palästina. Auf der anderen Seite, davon gehe ich jetzt mal aus, haben die Verantwortlichen von Neve Shalom sicher immer wieder auch kleine Erfolgsmomente mit den Personen, die sie ausbilden, vielleicht auch berichten, ehemaliger Absolventinnen ihrer Schule, die ihnen die notwendige Energie geben, auch den notwendigen Enthusiasmus, um trotz der Widerwärtigkeiten im breiteren Umfeld dort weiterzumachen. Ein neuer Film wird demnächst erscheinen. Auf der Webseite von Suisite ist der Trailer dazu schon zu sehen. Und in dem Film geht es darum, dass ein junger Mann, der in Neve Shalom, der aufgewachsen ist, kritisch zurückblickt und am Schluss aber doch feststellt, eigentlich ist das der einzige Ort, an dem gemischte Paare leben können. Warum gibt es so wenige andere Orte in Israel, die solches Zusammenleben ermöglichen? Offensichtlich ist es bisher nicht gelungen, das Vertrauen zwischen den beiden Volksgruppen, zwischen den beiden Bevölkerungsteilen so auszubauen, dass diese Art von Zusammenleben möglich wäre. Die beiden Gruppen bleiben für sich. Ich denke, vor allem was die jüdische Mehrheit betrifft, gibt es zu weiten Teilen sogar den Versuch, die palästinensische Bevölkerungsminderheit zu ignorieren, also so zu tun, als gäbe es sie gar nicht. Die Politik im Lande geht auch in eine solche Richtung. Man negiert das Vorhandensein des Problems und damit negiert man auch die Menschen, die dieses Problem aus jüdisch-israelischer Sicht oder aus weiten Teilen jüdisch-israelischer Sicht darstellen. Das ist natürlich keine Grundlage, um ein entsprechendes Zusammenleben zu fördern. Die Minderheit auf der anderen Seite, die palästinensische Minderheit, kann natürlich die jüdische Mehrheit viel weniger gut ignorieren. Aber dass dies auch aus ihrer Sicht nicht gerade vertrauenswördend wirkt, das ist natürlich nachvollziehbar. Und zum Schluss unseres Gesprächs noch das schöne Zitat von der früheren Bundesrätin Ruth Dreifuss. Sie hat mir gesagt, Ich glaube, da können wir nur sagen, ja, wir hoffen es. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.